Willkommen zurück Leute zu einer neuen Folge Risen 1. In der letzten Folge sind wir Magier geworden. Ziemlich nice. Machen richtig viel Damage. Zumindest haben wir das mit dem Feuerzauber schon ausprobiert. Und heute gehen wir auf jeden Fall mal uns den rechten Teil der Karte hier so ein bisschen angucken. Wir müssen den Druide Eldrick finden, der irgendwo hier hinten sein müsste. Und die Kristallscheibe, die gestohlen wurde. Da wurde ja schon gemunkelt, dass es der Gürger ist. Dieser Anführer von den Gnomen. Was für ein Damage macht, ne? Wahnsinn. Wir haben letzte Folge auch die Kristallmagie gelernt. Wir haben sechs noch gar nicht ausprobiert. Also diese Kristallmagie, ne? Magierkristall, ne? Magiekristall. Feuerkristall haben wir schon ausprobiert. Der macht richtig Damage. Schauen wir uns mal den an. Ich wundere uns, dass der hier gar nichts verhastet oder so. Ein hungriger Wolf. Was, Leute? What? Wir haben gerade wieviel? Drei Wölfe weggemacht? Ein Aen Kyler? Was, Leute? Was? Wir haben gerade wieviel? Drei Wölfe weggemacht? Ein Aen Kyler? Oh. Oh. Okay. Vor allem ohne irgendwelche Castzeit oder so, ne? Oh. Da sollten wir uns vielleicht doch nochmal überlegen, ob wir eher für dieses magische Geschoss gehen. Das kann der ja hintereinander wegmachen. Das ist ja insane. Ähm. Hier ist ne Donnerechse? Was ist denn ne Donnerechse, Leute? Leute Was war das Leute? Gab es die schon bei Risen 1? Keine Ahnung Du Heimatland Also wir müssen auf jeden Fall viel viel mehr in Tränke stecken Leute Tränke werden wir halt in Zukunft schon oft nutzen müssen Sonnerechse Richtig krass Leute Ich hab gedacht das ist schon der Gürger oder so Was hat die hier bewacht? Wieso rennt die hier rum? Hier hinten ist eine Kiste Oh Maximale Lebensenergie 20 Das ist natürlich auch nice Halt mal ein kleines bisschen mehr aus Die hat uns halt getuhitted Die Echse Also hätte uns Maximales Mana ist aber auch wichtig Also wir könnten jetzt auch voll auf Lebensenergie gehen Aber Wir bleiben erstmal auf Mana Wir werden jetzt sehr sehr viele Zauber benutzen Und Da brauchen wir eher das Mana Mich wundert's bloß dass das Wenn gut ist ein krasses Amulett So das Gegenstück zu unserem Wenn ich eher wäre würde ich mir einfach zwei überhängen Würde ich hier so wie Wie ist der Typ vom A Team So würde ich hier durchgehen durch die Welt Gut aber dann nehmen wir erstmal die sechs Leute Ich mein der hat jetzt Bei dem nicht ganz so viel Damage gemacht Aber guckt euch das an Wahnsinn Brauch halt auch nicht ganz so viel Mana habe ich das Gefühl Feuerball ist immer klein weg Sehen wir auf dem richtigen Weg Ja Junge Stachelratte Na gut die können wir aber auch mal Mit unserem Stab machen Um was unser Stab so abzieht Das sind nochmal Wölfe Die schwarzen Wölfe würde ich dann schon eher noch so machen Irgendwas die sechs abzieht Nicht ganz so viel Seht ihr das? Dann doch lieber Feuer Magisches Geschoss Wie viel sind das? Junge 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 Das könnten vielleicht Ja Wenn ihr die blocken Nein 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 Elf mir mal ganz kurz Stan Wir müssen die wieder machen hier zusammen Wir müssen die wieder zusammen machen Stan Wreckiger Stan Ne Dan war das ne Oh Unge Was die aushalten Ja Du kriegst mich nicht He Du nicht Uh Leute 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 Das waren halt klar wieder ein bisschen zu viel ne Ja Wir machen das mal schnell Wir machen die noch fix Wie viel der um die Ecke kam Wir nehmen wir erstmal den hier Zack Wie viel Leben haben wir denn überhaupt? 217 Und 90 Mana bloß ne Also Feuer macht mehr Damage Braucht aber auch länger zum Casten Nur so ein Ding ne Könntest du mir ja gerne mal an die Kommentare droppen Was ihr nehmen würdet Also wir sind auf jeden Fall schneller Mit dem magischen Geschoss Aber machen weniger Damage Und nun geht es auch noch lang Hier sind viele Gnome Mal gucken ob wir hier was looten können Wir werden das Safe auch irgendwas beschützt haben oder? Ist immer relativ belohnend hier im Risen Wenn irgendein großer Gegner ist der beschützt meistens irgendwas Da ist noch einer Kann ich eh nicht blocken Kann ich die nicht blocken weil ich kein Schild hab oder? Wollte doch am Anfang Wölfe blocken oder? Funktioniert bestimmt ne weil ich jetzt kein Schild dabei hab Ähm Guck mich mal noch weiter hier in der Ecke um Grüne Blättchen Schön schütten Wo sind wir? Mitten im Wald Hier ist was vergraben Lass mal ein bisschen munter werden hier Es ist früh Halb sieben bei mir gerade Ich hab so Bock gehabt das zu zocken Seit jetzt wo wir Magier sind und so ein bisschen mit Zauber experimentieren können Mega nice Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts Namenloser Schurke Ist schon das zweite Grab was wir nie öffnen können ne? Eine Staffel Rotter Ja Guck Jetzt haben wir One Hitten die mittlerweile Ich würde trotzdem mal so ein bisschen Im Weg bleiben ne Wir gucken da noch alles durch Leute Keine Sorge Gehen da noch Stück für Stück alles ab Zack Oh Lol Da reicht vielleicht doch das hier Sind halt 50 Erfahrungen fast for free kann man sagen ne? Haben wir jetzt keine Ausgaben groß außer so ein kleines bisschen Mana Eine Beere Eine Beere Eine Beere Nebenbei suchen wir immer noch so ein bisschen Eisenerz ne? Oben ist eine Hütte Leute Ist doch gar keine Hütte eingezeichnet oder? So ein kleiner Pilz aber So ein kleiner Pilz aber Ahne nichts Gutes Gehen einfach mal hoch Ich ahne nichts Gutes Leute Doch Hä? Marvin Ah Der letzte Sohn Leute Hi So allein hier draußen? Jetzt wohl nicht mehr Wer bist du? Ich bin Marvin Hm So so Marvin Weißt du eigentlich wie schwer du zu finden bist? Äh wieso? Hast du mich gesucht? Deine Mutter macht sich schon Sorgen um dich Ach ja Meine Mutter macht sich immer Sorgen Du kannst ihr ja sagen dass ich noch lebe und dass ich sie vermisse Mütter stehen auf sowas Das machst du gefälligst selbst Ja wenn ich mal viel Zeit hab Vielleicht Sieht ja nie aus als ob er Stress hätte oder? Was machst du hier in der Wildnis? Ich Ich wollte gerade was essen Sie haben einen Witzbold Und die Hütte hier? Das ist deine Ja? Ich Bin Jäger und suche Pflanzen Du siehst mir eher aus wie ein Plünderer Weißt du was wir hier mit Plünderern machen? Hey Mann Mach keinen Scheiß Ich werde auch bestimmt in die Stadt gehen Ja klar doch Das glaubt ihr sowieso keine Sau Du sagst mir jetzt was du hier wirklich machst Ich Ich hab gehört dass die Ruinen voller Schätze sind Und da bin ich losgezogen um mir welche zu holen Ich hab mir sogar eine Schaufel und eine Spitzhacke besorgt Schluss mit dem Unsinn Ich sieh dir an deiner Nasenspitze an dass du lügst Und wenn ich dich einfach ignoriere Gehst du dann wieder? Keine Chance Okay okay dann hör zu Die Sache ist so verrückt Dass du sie mir wahrscheinlich gar nicht glauben wirst Kurz bevor mich die Weißen in der Hafenstadt eingesperrt hatten Fing es an Ich hatte so merkwürdige Erscheinungen Erst war es noch harmlos Nur Albträume und so Aber dann wurde es immer schlimmer Ich hielt es in der Stadt nicht mehr aus Und bin hierher geflohen Aber auch hier draußen wurde es nicht besser Ich kann kaum noch schlafen vor lauter Angst Die ruhelosen Geister der alten Burgherren dieser Insel verfolgen mich Ich bin verflucht Warum sollte ein toter Burgherr einen Bauernjungen verfolgen? Wenn ich das wüsste Sprechen die Geister zu dir? Nur einer von ihnen Burgherr Patroskon nennt er sich Patroskon? Ja Wenn er zu mir kommt Habe ich seine schrecklich flüsternde Stimme in meinem Kopf Er will irgendwas von mir Ich weiß aber nicht was Hat er bestimmt irgendwas eingesteckt oder so Vielleicht hast du etwas bei dir Was einen Untoten interessiert Was zur Hölle soll das denn sein? Hm Moment Ich habe irgendwo im Wald diesen seltsamen Ring gefunden Ach Ty Ich denke habe ich diese Erscheinung erst seit ich diesen Ring an mich genommen habe Ein Ring? Zeig mal her Ja gerne Hier nimm das verfluchte Ding Hm ich schätze Du hast wirklich ein Problem Ist ja kein Wunder dass du die Untoten zornig machst Wenn du dir ihren Kram einfach in die Tasche steckst Verdammt Und was soll ich jetzt tun? Legt es wieder zurück? Hast du eine Ahnung woher deine Geister kommen? Nein Aber wenn es wirklich Geister von untoten Burgherren sind Dann wird man ihre Körper vielleicht noch in den alten Burgen finden Nicht weit von hier im Norden steht ein zerfallener Turm einer alten Burg Irgendwo an der Westküste der Insel habe ich auch schon welche gesehen Ich werde mich um deine Geister kümmern Wirklich? Wie willst du das denn anstellen? Es gibt einen Grund warum dieser Burgherr Patroskern und die anderen Untoten die erschienen sind Diesen Grund werden wir beide bald kennen Ich danke dir dass du mein Elend beenden willst Ich hoffe nur dass du Erfolg hast Diese Erscheinungen sind unerträglich Ich brauche mehr Informationen über deine Untoten Zeig mir mal auf meiner Karte wo genau die zerfallenen Burgen sind Hm Lass mich drüber nachdenken Also eine ist nicht weit von hier im Norden und zwei an der Westküste Hm Moment mal Also eine könnte noch an der Südküste und eine im Osten sein Aber das ist nur geraten Ich zeichne es dir trotzdem mal auf deine Karte Ich hoffe das hilft dir weiter Wir werden sehen Hat er jetzt auf meine Karte geschmiert? Hier oder was? Eins, zwei Keine Ahnung was das ist Drei Hier oben Da müssen wir ja sowieso hin Wenn wir dann zu diesem Gürger wollen oder so Okay Jetzt wissen wir aber immer noch neben wem die Hütte gehört hier Wem gehört eigentlich diese Jagdhütte? Ich habe keine Ahnung Ich schätze einem Jäger Ach was, ganz schön dreist von dir dich hier breit zu machen und einfach fremde Sachen zu benutzen Ich bin schon ziemlich lange hier Bisher kam noch keiner, der sich über meinen Aufenthalt beschwert hat Entweder ist der Besitzer tot oder von der Inquisition in die Vulkanfestung verfrachtet worden Hm, möglich Wie bist du überhaupt aus der Hafenstadt rausgekommen? Ich bin nachts über die Stadtmauer gesprungen Ach, so einfach ist das Naja, du darfst dich dabei natürlich nicht erwischen lassen, versteht sich Hm Ob wir dem das einfach so abkaufen Ah, kleiner Heiltrank Schick, schick Also Tränke sind in Zukunft noch ein bisschen essentieller geworden Hier ein Kraut Nö Ja, können wir uns ja auch einfach so ein bisschen bedienen, ne? Ich kann jetzt nicht Können wir uns hier einfach so ein bisschen bedienen Gucken wir doch mal Hm Können wir uns mal kurz hinlegen, unser Mana wieder auffrischen Schönes Kochrezept Hast du 6.000 Gold mittlerweile, ne? Also wenn dann irgendwann mal 5 Typen da stehen und sagen Also entweder du gibst uns dein ganzes Gold oder Fällig Dann werden wir es wohl auf den Kampf ankommen lassen müssen 6.000 Gold gebe ich nie so leicht her So, na gut, dann gucken wir uns hier mal ein bisschen weiter um Vielleicht auch die 6 Aber schön hatte der es hier, ne? Ist eigentlich eine angenehme Gegend So, bam Komischerweise können wir die blocken Wieso kann ich die blocken, aber die Die Wölfe, ne? Schwerze Wölfe, ne? Ich sag's euch, Leute Ja Uh Leben am Limit Das war Glück, ne? Jetzt sind wir auch ein bisschen vorsichtiger immer So, oh ein Wolf Bam Aber stellt euch mal vor, wir hätten die Zauber nie gehabt Und würden nur mit Pferd und Schild hier reingehen Beim nächsten Wolf probiere ich mal, ob ich den mit dem Mit dem Schild blocken kann Ähm Da müssen wir eigentlich lang, ne? Wir erkunden trotzdem noch alles, Leute, keine Sorge Uh Goblins Häuptling Gnome Hä? Oh Wo ist denn der hin? Mega geil Ah Nicht mehr genug Mana Ah Wir haben die Tränke nicht umsonst dabei, ne? Boah, wie er's dodged Oh Fuck Wie er's dodged, der Boy Noch mal ein Haufen Krallenfall da Ist ja mal geil, wie der weggeflogen ist da oben Mega lustig Aber das ist halt das Gute an dem Magiegeschoss, ne? Das kannst du halt spammen, ohne Ende Oh, ne Ende Da vorne ist schon wieder ein Wolf, ne? Wie die Leute Na gut, seitdem wir Magier geworden sind Haben die die Welt so ein bisschen geflutet, ne? Mit schwereren Gegnern Ähm, ja Genau Wir sind da lang Jaja Ja, ja, ja Krallen faltern Und Feuerball reinhauen So So, umswitchen bitte Zack Zack So, den machen wir so Dritte Angriff, ne? Insane Dass der abzieht Uh Hm Really? Na komm her Der Stab kommt aber auch ein bisschen weiter, ne? Ja Hat ein bisschen mehr Reichweite, wie das Schwert Schon fast wieder Level Level 12 sind wir dann Ähm Na gut, dann machen wir die auch noch mit, oder? Ähm Irgendeinen treffen wir schon, wenn wir da reinhalten So Oder auch nicht Bam Wie viel sind denn das? Übertreibt es halt, Leute Wie übertreibt das Hals? Zack So, ein Dränkchen Umschwenken auf die Nummer 6, bitte Oh Oh, den machen wir so Ja Uh, jetzt geht's los, ja, Leute Jetzt geht's ans Fighten So Run Fathers Bam Sehr schön Bam Spam das einfach mal hier rein Bleibt aber auch ein bisschen langsamer, ne? Dadurch Ah Cool Level ab, schön Ja Oh Warte Wie ich das Abo wissen will, ne? So Wir müssen halt unterwegs auch ein bisschen was mitnehmen, das nützt alles nichts Level 12 und wieder 10 Lernpunkte Ist natürlich die Frage Ostküste Hafenstadt Ne, wir wollen an die Ostküste, denke ich Über die 6 Zack, zack, zack Ja, gegen so einen Kyla ist natürlich 10 von 10, ne? Es schießt die auch immer so ein Stück zurück Nicht mehr genug Mana Nicht mehr genug Mana Das kann ich auch nie abblocken Hm Wir driften aber schon wieder so ein Stück ab vom Kurs, ne? Ist halt immer so, wenn du irgendwas am Rand siehst oder so, das musst du mitnehmen Gucken wir nochmal kurz hier, wo die ganzen Motten waren und die ganzen Falter Ja, die eigentliche Frage ist natürlich, was machen wir mit unseren Lernpunkten, ne? Ich würde die eigentlich gern entweder in Schmieden investieren Dass wir uns das Amulett herstellen können Oder Wir investieren das in permanente Tränke Dass wir uns da so ein bisschen pushen können Dann braucht man natürlich auch das Stärke-Amulett und sowas, ne, ne? Wir gucken mal ganz kurz durch Ähm Wir haben nämlich schon allerhand eingesammelt Stärke plus 1, ne? Das wären 15 Stärke Alleine schon durch die Uga-Wurzel hier Wichtelkappen, 7 Na, 7 mal 5, Leute Die wir da an Ähm Geschicklichkeit bekommen würden Ähm Maximale Lebensenergie haben wir 16 davon Ich glaube, ähm Da gibt es 5 oder so Stärke, Geschicklichkeit und Lebensenergie, ne? Ich weiß gar nicht, ob es Erfahrungstränke gibt Ich höre mal auf, das zu essen Also würde ich schon sagen, dass wir jetzt unsere Die nächsten Punkte, die reinkommen in Alchemie investieren Braucht man bestimmt nochmal 10 Wo sind wir denn jetzt? Wir sind auf der ersten Stufe noch, ne? Also ich denke, 20 oder 15 Lernpunkte braucht man mindestens noch dafür Ja, und dann alles, was kommt In Stabkampf investieren Stabkampf und Frost eigentlich, ne? Mir hat es so ein bisschen Frost haben wir zwar noch nehmen Aber ich denke eigentlich, dass wir das von dem Ballas bekommen Da brauchen wir aber noch eine Moorleiche Ne? Wo ist denn die Leiche? Ist da die Frage Wenn wir die Moorleiche finden, können wir bei ihm Frost lernen Weil der dieses kalte Herz braucht Und dann würde ich erstmal gucken, wie sich das casten lässt Wie angenehm lässt sich das zaubern Gucken wir mal Ich hoffe bloß, dass ich, wenn ich mich dafür Frost entscheide Wenn ich dann jetzt sage, ich will Frost lernen Ähm Dass ich das dann nie festlegte spiele und ich nur noch Frost lernen kann Sind wir hier richtig? Ja, genau Ähm Müssen Ah, da war halt noch so ein dunnen Rücken Oder was das war, ne? Würde ich ja schon gern noch fighten, Leute Was zum Ausgraben nehmen Den würde ich ja schon gern noch fighten So, dann gucken wir uns das mal an Da lag richtig viel Zeug rum Ich bin, wir haben die Mana Tränke nie umsonst, Leute Wie viel Mana hatten wir? 90 Sind wir mit dem kleinen Mana Trank trotzdem schon fast voll, ne? Ein kleiner Mana Trank bringt so viel Erfahrung Oh, hier hat jemand sein Glück versucht Oh, die hatten noch Zeit die Druhe abzuschließen immerhin Oder die ist bloß so verschlossen vom Wagen gefallen Finde ich aber auch immer cool, dass wir solche kleinen Geschichten einbauen Oh, jetzt halt irgendeine Bauernfamilie, ne? Die hat gedacht, die baut sich ein besseres Leben auf Der Mann hat ans Schatz suchen geglaubt Finde ich cool, dass man so ein bisschen was einbaut So, Leute, dann gucken wir uns mal hier drin um Was sind die wundern, wenn es da immer so einen ganz ganz kleinen Mini-Cut gibt, ne? Das ist einfach nur, dass ich mal kurz gespeichert hab Und das achte, weil sich auf den Baumstumpf setzen Oh! Ein Gnümchen! Ein Gnümchen! Guck mal, wo die 5 nehmen, oder? Au! So! Bam, da rein! Ich hab nicht mehr genug, Mann Ich guck mal, ne? Bam! Ich hab nicht mehr genug genug Ich hab nicht mehr genug genug Ja gut, den findet man schon noch Wie der immer absegelt 10 von 10 Und Werkzeugbeutel Schön Schön, schön Komm ich hier um die Ecke und alles voller Gnome Wenn ich da überlege, wie lange wir gebraucht hatten Ruhe Scholle Ja, aber wir machen uns jetzt mal ein paar Eintöpfe Eigentlich müssten wir uns die aufheben, ne? Für die besten Rezepte da Können auch gleich so mal gucken Vielleicht haben wir noch ein paar Eintöpfe, oder? Aha! Das meinte ich Ähm, Kartoffeln, Wein Ja, wir machen beides, oder? Novizentopf Wir kochen uns einen Novizentopf Wir brauchen viele Kartoffeln Abgebrochen Na, also Die kleinen Drohnen, Leute, ich sag's euch Ähm, so, wir gucken mal Novizentöpfe, ne? Wir brauchen ja irgendwas, sowas kleines, was uns so ein bisschen pusht Gratendes Fleisch, ja Wir brauchen erstmal das voll Die Novizentopf müssten wir uns halt irgendwo in die Mitte ziehen, oder so, ne? Ok Ist halt schade, kann ich das auf die 2 legen? Ne Kann ich halt immer bloß so auswählen, ne? Ne, geht nicht Ähm, na gut Machen wir das so Und bloß merken, dass ich auf der 7 Den Topf hab Sind da auf dem Rischtegen Weg Sind da auf dem Rischtegen Weg Haben doch garantiert nochmal Gnome oder sogar Oder Skelette Uh, das macht fast gar kein Damage Da braucht man Feuer Ist halt so die Sache, ne? Wenn wir jetzt das, ähm, das nehmen Ist den gleich slowt Wenn wir jetzt magisches Geschoss pushen Dann ist halt immer das Problem Was wir dann, wenn wir wechseln müssen So wie jetzt zum Beispiel Bei Skelette nur mal gegen Feuer Empfindlich sind, sag ich mal Oh! Hier ist gedodged Dann müsste man halt so wechseln, ne? Uh! Zack! Ich bin grad richtig zufrieden, Leute, dass wir Uns als Magier entschieden haben Ich war am Anfang immer noch so ein bisschen Unschlüssig Weil man hält halt wirklich nie viel aus Aber Da darf man die halt einfach nie rankommen lassen, ne? Ist noch ein Skelett, Leute Ist auch safe noch irgendwas anderes, oder? Zack! Ist safe noch irgendwas anderes Der hat ein Säbel dabei Das Erz und das Gold sehe ich hier, Leute Keine Sorge Ähm, hier vorne war doch auch noch irgendwas zum abbauen, oder? Ne Hmm Haben sie schon richtig nice gemacht, also für die damalige Zeit Das Feeling ist auf jeden Fall da Mehr ist nicht zu holen Nein Ich weiß nicht, wenn wir später Unser Erzschürfen vielleicht noch ein bisschen vertiefen Mehr ist nicht zu holen Ob wir da noch mehr rausbekommen, aber Erzschürfen gab es bloß einen Punkt, ne? Oder ob die dann nach einer gewissen Zeit einfach, äh Ob die dann einfach wieder looten kann, ne? Dass man quasi nach zwei oder drei Tagen dann einfach wieder hier hingeht Schauen wir mal, ob es hier was zum Looten gibt Skelett Krieger da vorne Bam Sieht trotzdem gut ab Bam Das sind natürlich mehrere, ne? Das sind natürlich mehrere Uh! Und schnell sind die vor allem, die Boys Die sind vor allem schnell, die Boys Kommt Beugte mir auf Zack Ah! Klinge fest Help! I need somebody Help! Anybody Oladov Uh! Bam Bam Was bewachen die da unten? Die müssen doch safe irgendwas bewachen, oder? Wir müssen Mana Tränke herstellen, Leute Alles wenn wir irgendwo wieder an der Station sind Spammen wir alles in Mana Tränke rein Eiltränke haben wir genug Genug? Ich würde fast behaupten, dass wir auch mehr Eiltränke als Mana Tränke finden, ne? Klassik ist ein Speicher-Game, Leute Ich muss ab und zu Speichern Burg her Leute Da ist er Da ist der Burg her Und der will uns Und der will uns Und der will uns Ah! Wie schnell der ist! Wieso ist der so schnell? Stabiler Ast Die sind die ganz so ausgerüstet, ne? Na, die Boys Angst? Autosave, okay Hallo? Ist der anybody out there? Der hat ein cooles Schild Das ist halt schon fast Half-Life, ne? So lange wie der uns nie entgegen rennt Oh, ich schlug das Buggy Ja Das darf uns nie passieren, ne? Ich hab nicht genug Mana! Dann auf die altmodige Altmodige? Altmodige Art Junge, 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 Junge Skelettbespüren Haltes Schriftstück Haltes Schriftstück wird gilbt und fast verrottet Spätelspalter Leute, jetzt geht's ab Ich hab ein richtig geiles Schild gehabt, ey Alles 6, ne? Ja Aber wir sind halt Ja, ich weiß es nicht, Leute Nehmen wir vielleicht doch erstmal wieder das Schwert und Schild, oder? Mein Stab ist nice Aber Wir machen halt 30 Klingenschaden, ne? Wir haben ja dadurch und durch das Schild auch ein bisschen mehr Resistenzen Siebwaffenschaden 4 Kann ich damit zuschlagen? Dieses Runenschild passt ja dann trotzdem irgendwie so ein bisschen zum Magier, oder? Wir haben jetzt halt schon einige Lernpunkte da reingesteckt Gibt's denn da irgendwas zum Plündern? Hier ne Truhe mit epischem Blut? What? Du, Verinner? Gut, dafür haben wir halt den Zauberner benötigtes Mana benötigtes Siegel Mh Aber wir können daraus nur Schriftrollen herstellen, ne? 500 ist das wert genau wie alle anderen Ja, Leute! Das war... Die Burgherr! Ja Das ist krass Hat schon gut kassiert Ja Und da nehmen wir erstmal Schild und Schwert Was soll's Zumindest haben wir die Haben wir mehr Resistenzen Wir machen trotzdem genauso viel Schaden Was hat der Stab jetzt gemacht? Ähm 32 Hier haben wir Klingenschaden 30 Haben aber auch noch die Resistenzen dazu Guckt euch das mal an Genau, es sind halt 6 mehr, also Vielleicht... Aber wie gesagt, jetzt haben wir schon so viel investiert, ne? Haben wir gut, mehr haben die in den Ring noch dran? Ne, haben wir nicht Wir haben jetzt genauso viel in Stabkampf investiert, wie in Schwertkampf sozusagen Haben Aber das Schwert gibt uns halt noch einen Bonus, ne? Hm Eigenschutz so aussehen Ah Leute Drops mir gern rein Bleiben wir beim Stabkampf Oder Gehen wir als Magier mit Schild und Schwert hier lang Oh 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 What the hell Chillt er hier seine Base? Jetzt nehmen wir natürlich wieder gleich 5, ne? geslot oder so gut leute nehmen wir müssen hier lang oder ein bisschen das schon wieder verkehrt oder so gehen jetzt in die richtung eigentlich müssen wir woanders lang wir haben den burg also drei gula leute wir waren ja geslot bevor ich das jetzt hier sieben mal probieren gucke ich mal ganz kurz ob wir vielleicht wir müssen jetzt hier in die burg reingegangen ob wir vielleicht irgendwo anders lang kommen wir müssen ja durch die berge durch das ist ja auch der einzige eingang oder und wir da unten noch mal durch oder so da unten auch noch eine höhle ist halt irgendwie durch die berge hier durch ihr wollt mir doch die sachen dass wir jetzt an diesen drei ghoulen vorbei müssen oder da geht es runter also ich gucke bloß mal ob hier unten vielleicht noch so ein anderer zugang ist wie die mich geslot haben ich meine ich war nicht voll live davon abgesehen aber ich hatte ja schon mein schild oben sind durch den block durch schon wieder goblins ne leute 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 vielleicht machen wir in der vor ich dann hier weitermache in der nächsten folge noch mal ganz kurz zurück in die festung wir haben den den teleport und rüste uns noch mal ein bisschen mehr mit tränken aus müssen ein hinkommen da drüben ist noch eine burg sieht aber nie so aus als würden wir hier irgendwo durch die berge kommen wir müssen also an diesen drei ghoulen vorbei oder was wir haben ja auch schon unsere bessere rüstung wir müssten halt maximal das leben so ein bisschen skillen reicht die sechs zu für den keiler irgendwo hier unten muss der der goblin häuptling noch liegen ist da noch irgendwas hier geht es halt auch hin an hätte jetzt eigentlich gehofft dass wir hier unten durchkommen irgendwie leute 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 das wird natürlich spannend dort an der stelle entweder ich pull die einzeln und mach die einfach mit dem feuer zauber muss halt dadurch oder ich kann da hinten lang über den sumpf und dann rüber auf den weg wird spannend wird spannend ein novizentöpfchen ruhig noch eins ich habe nicht mehr genug mal die fliegen wieder sonst so hin mehr wendiger misst kerl da geht es mir halt auch einen halben tag ich bin halt auch in real life so ein bisserl größer und jetzt mal irgendjemand redet so was hallo ja hallo wo bist du so Leute hier haben wir nochmal ein werkzeugbeutel werkzeugbeutelship na gut Leute dann soll es das hier an der stelle erstmal wieder gewesen sein hier unten finden wir vielleicht unsere moorleiche die wir noch brauchen wo ist der moorleiche und hier geht es wieder mit wölfen weiter also hier ist ordentlich was los in sachen gegnern auf jeden fall ich denke mal wir müssen nächste mal in die festung reinkommen können wir schon alchemie pushen dass wir dann unsere permanenten tränke herstellen können aber ich glaube irgendwas brauchen wir noch für die für den permanenten trank entweder sind es die heldenkronen die wir brauchen ansonsten war es eigentlich immer sowas wie kronenstöcke oder so ansonsten könnten wir trotzdem zwei von den uger wurzeln verwerten die stärke brauchen wir aber eigentlich nie dann hätten wir zwar diesen stab diesen extrem guten und auch das erstmal nehmen ah Leute 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 es wird interessant auf jeden fall die nächsten folgen na gut Leute vielen dank erst mal wieder fürs zuschauen ich bin auf eure kommentare gespannt und dann sehen wir uns in der nächsten folge Leute haut rein gut und dann sehen wir uns in der nächsten folgen